So, für alle Daheimgebliebenen zeige ich euch jetzt in einem ganz, ganz kleinen, kurzen Video die Skipiste. Also das, was also beleuchtet ist, das sind die Flutlichtanlagen von Pocherje. Also von der Abfahrt, das ist die Abfahrt, wo immer diese Fieserinnen der Damen stattfinden. Also das ist, warum ich das jetzt aufnehme, ist, weil ich euch einfach den Blick von unserem Fenster zeigen möchte. Ich bin jetzt wohl dazu rausgegangen in den Garten. Das ist praktisch 10 Meter weg von unserem Wohnzimmerfenster, aber wenn ich an meinem Esstisch sitze, habe ich genau diesen Blick auf die Flutlichtpiste. Also, wenn man sich da nicht wohlfühlt, wenn man das sieht, dann fühlt man sich nie wohl. Ja, und das ist nicht, ich bin nicht im Urlaub hier, muss das mal zurechtdrücken, ich bin hier nicht im Urlaub. Das ist die Heimat meines Mannes. Das ist auch meine Heimat. Da, wo mein Mann ist, zu Hause ist, da bin auch ich zu Hause. Und da, wo ich zu Hause bin, ist auch mein Mann zu Hause. So, jetzt noch ein Blick darüber, da sieht man nicht viel. Ja, unsere Fenster hier, sieht man jetzt nicht viel. Und ich verabschiede mich nun. Tschüss.